Angefangen haben wir vor zehn Jahren alles Low Budget zu machen und jetzt nach diesen zehn Jahren dachten wir uns, wir wollen das auch, wo es jetzt ein Ladengeschäft ist, wir ein schönes Ladengeschäft einrichten, wollten uns eine schöne Lichtanlage leisten und ein paar andere Umbauten machen. Gerade in der Situation war es für uns sehr wichtig, mit der Volksbank zusammenzuarbeiten. Wir haben natürlich in der Nebensaison gearbeitet, da ist das Geld in den Firmen mal ein bisschen klamm und uns wurde gut geholfen, um dann im Winter die Umbauten zu machen, damit wir schön in die neue Saison starten können. Was ich an unserer Zusammenarbeit sehr mag, ist, dass wir kurze Wege haben, kurze Informationen und dass wir uns gegenseitig sehr schön befruchten. Das schönste Kompliment ist, wenn wir direkt vom Kunden Feedback bekommen, Komplimente bekommen, da gibt es so Situationen, dass Brautmütter einem um den Hals fallen, weil einfach die Hochzeitstorte mit dem Brautstrauß so schön war und weil das so ein tolles Fest war und das ist natürlich ganz was Besonderes. Mir ist ganz besonders wichtig, dass wir mit unserer Bank unkompliziert und auf kurzen Wegen Informationen tauschen können und Dinge erreichen können. Die Volksbank ist nah dran, das finde ich großartig. Zweifach powered by Volksbank.